Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Mikroproblemlösung und das Sparparadoxon. Wenn euch dieses Video gefällt, teilt es mit euren Freunden. Ich würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo meines Kanals sehr freuen. Um kein Video zu verpassen, aktiviert einfach die Glocke. Kommentare und Diskussionen zu dem Thema sind ausdrücklich gewünscht. Jeder ist heute wegen dem Ansteigen der Lebenshaltungskosten auf eine Sparstrategie angewiesen. Die Sparstrategie, die ich euch heute vorstellen möchte, kommt einem Paradoxon gleich, weil man spart, obwohl man oder weil man zu den teuren und hochwertigeren Produkten greift. Dazu im Video später mehr. Wenn viele von euch diese Sparstrategie nutzen würden, wären auch viele Mikroprobleme, mit denen wir täglich zu tun haben, zumindest ansatzmäßig angepackt. Deshalb fange ich auch mit den Mikroproblemen an. Bevor ich das Sparparadoxon erkläre, damit es funktioniert, muss man sich zwingend der Probleme bewusst sein. Bevor es inhaltlich losgeht, will ich hier nochmal verdeutlichen, dass ich hier nicht von Shoppingtouren rede, sondern nur um Lebensmittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs. Im Grunde auch nur Verbrauchsmaterial. Gebrauchsgegenstände und Luxusgüter bleiben in diesem Video außen vor. Als erstes Mikroproblem steht bei mir die Lebensmittelverschwendung. Allein in Deutschland werden jedes Jahr 12 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Sie landen einfach im Müll. 52% davon aus Privathaushalten. Das sind 75 Kilogramm pro Kopf im Jahr. Die restlichen 48% können wir zumindest beeinflussen durch unser Kaufverhalten. Die 52% wären fast vollständig vermeidbar. Die Sparstrategie in diesem Video zeigt euch, wie es geht. Es wird gebetsmühlenartig gefordert, dass alle ihren Fleischkonsum reduzieren sollen. In der vorgenannten Lebensmittelverschwendung sind 570.000 Tonnen Fleisch im Jahr enthalten, die in Privathaushalte, anstelle gegessen zu werden, im Müll landen. Das entspricht ungefähr 50 Millionen Hühnern, 1,5 Millionen Schweine und 100.000 Rinder. Diese Menge kann ebenfalls eingespart werden durch die Sparstrategie. Wenn diese Mengen verbraucht und nicht entsorgt werden, braucht niemand seinen Fleischkonsum reduzieren, der es nicht aus anderen Erwägungen wünscht. Bei Obst und Gemüse liegt die Verschwendung hauptsächlich an unserem Einkaufsverhalten. Bauern können viele ihrer angebauten Produkte nicht mehr an den Handel verkaufen, weil wir zu verwöhnt sind. Wir verlangen perfekte Größen, Formen und Gewichte von Naturerzeugnissen. Wenn sie sich geschmacklich auch nicht unterscheiden, sind abweichende Maße bereits unverkäuflich. Das Problem ist hier der Selbstbedienungssupermarkt. Besser wäre es, wenn hier der Kunde die Auswahl nicht mehr selber treffen würde, sondern wieder ein Verkäufer die Ware nach Mengenwunsch des Kunden für den Verkäufer erpackt. Abgesehen davon, dass durch die Selbstbedienung jede Frucht bereits vor dem Verkauf von hunderten Leuten in die Hand genommen wurde. Saubere Hände sind dabei nicht garantiert und sogar bei einigen Kunden eher unwahrscheinlich. Ein weiteres Mikroproblem sind verpackte Lebensmittel. Oft in für den Handel günstige, aber für den Verbraucher ungünstige Mengen abgepackt, fordern diese abgepackten Lebensmittel die vorgenannte Lebensmittelverschwendung und produziert unnötigen Verpackungsmüll. Auch dieses kann mit der Sparstrategie umgangen werden. Mangelnde Zeit durch eine verfehlte Familien- und Arbeitspolitik, aber auch die Bequemlichkeit Einzelner hat dazu geführt, dass in vielen Haushalten nicht mehr frisch gekocht wird. Die hochbeschworene Wichtigkeit der Klimarettung wird hier aber vollständig vergessen. Fertig- und to-go-Produkte nehmen uns zwar viel Arbeit ab, kosten aber erheblich mehr, als wenn frisch gekocht würde, haben verhältnismäßig niedrigere Qualität und produzieren Unmengen an Verpackungsmüll. Auch hier bietet meine Sparstrategie Abhilfe. Ein Video über Fertig- und to-go-Produkte ist oben unter dem i. Krankheiten wegen Fehl- und Mangelernährung sind auch in unserem Land keine Ausnahme mehr. Übergewicht, Diabetes und weitere Folgen von Fehl- und Mangelernährung sind schon lange kein Geheimnis mehr. Einige Personen ernähren sich zu einseitig, sodass für den Körper wichtige Stoffe fehlen. Bei anderen ist die Ernährung auf industriell hergestellte Chemiekompositionen begrenzt, die alles andere als gesund sind. Nicht nur, dass zur Vortäuschung von Konsistenzen und Geschmacksrichtungen auf Aromen, Farbstoffe und weitere Chemikalien zurückgegriffen wird, Es wird auch auf nicht unbedenkliche Inhaltsstoffe, solange diese nicht verboten wurden, zur Gewinnmaximierung gesetzt, wohl wissend, dass diese umstritten sind oder eine Gesundheitsgefährdung verursachen könnten. Der vollständige Verzicht auf diese Gesundheitsgefährdung ist leider nicht mehr umsetzbar. Mit der Sparstrategie kann aber die Lebensmittelzufuhr gesünder aussehen und die benannten Mängel würden reduziert. Ein Video zum Thema Lebensmittel findest du oben unter dem i. Wundert euch nicht, dass ich euch in dieser Sparstrategie Dinge empfehle, von denen andere weitestgehend abraten bzw. abrate, was andere ausdrücklich empfehlen. Deshalb gleicht es hier auch einem Paradoxon. Als ich noch gewöhnlich wie jeder einkaufen gegangen bin, hatte ich monatliche Kosten von 300 Euro für einen Zwei-Personen-Haushalt. Mit dem Sparparadoxon konnte ich, ohne mich einschränken zu müssen, meine Kosten auf 200 Euro im Monat heruntersetzen und dieses trotz steigender Lebensmittelpreise. Kommen wir zum Sparparadoxon. Als erstes meidet es, auf Schnäppchenjagd zu gehen. Schnäppchen sind nur Lockangebote und dienen den Handel durch geschickte Vor-Ort-Werbung dazu, dass mehr im Einkaufswagen landet, als verbraucht werden kann. Dieses nur, weil es gerade billig ist. Lasst euch auch nicht von Mindestabnahmemengen zum Kauf von mehr verleiten, als ihr tatsächlich braucht. Um sicherzugehen, dass ihr kauft, was ihr braucht, und nicht darüber hinaus, macht euch einen Einkaufszettel, den ihr vor Ort, im Einkaufsladen, auch einhaltet. Um euch nicht von Gerüchen verleiten zu lassen, mehr zu kaufen, als ihr braucht, geht niemals hungrig zum Einkaufen. Hunger verleitet dazu, immer mehr zu kaufen, als nötig. Freut euch, wenn das, was ihr braucht, am Tag eures Einkaufs im Angebot ist. Kauft aber niemals nur wegen des Angebots. Um zu eruieren, was ihr braucht, macht euch einen Speiseplan, was ihr bis zum nächsten Einkauf zubereiten wollt. Hier solltet ihr euch auch überlegen, wie viel ihr tatsächlich benötigt. Je häufiger ihr einkaufen geht, umso teurer wird's. Optimal ist die Beschränkung auf einen Einkauf pro Woche. Dessen bedarf lediglich eine 7-Tage-Planung. Wenn es euch zeitlich möglich ist, kocht selber und nutzt dafür frische Zutaten. Meidet Produkte, sofern es möglich ist, in denen mehr als drei Inhaltsstoffe verarbeitet sind, die nicht als Lebensmittel in jedem Haushalt zu finden sind. Jetzt kommen tiefere Überlegungen, die zum Sparen nötig sind. Die Beispiele sind auf viele andere Warengruppen ebenfalls anwendbar. Esst ihr immer nur dieselbe Sorte Wurst oder dieselbe Sorte Käse oder belegt ihr euer Brot abwechslungsreich mit mehreren Sorten eines Belags. Kauft immer nur ein, was ihr bis zum nächsten Einkauf benötigt. Eine Sorte Wurst, verpackt in Scheiben aus dem Supermarkt oder Discounter, ist zumeist verpackt in 200 Gramm Portionierungen. In den üblichen Handelsverpackungen sind das 11 Scheiben. Verbrauchst du bis zum nächsten Einkauf diese 11 Scheiben Wurst oder brauchst du weniger Scheiben? Dafür mehr Abwechslung. Bei vier Sorten ist es dann, wenn man handelsüblich kauft, 44 Scheiben Wurst. Wird alles verbraucht? Einmal geöffnet, schmeckt die Wurst nur wenige Tage. An der Fleischtheke ist der 100 Gramm Preis zwar höher, aber wenn nur vier Scheiben einer Sorte benötigt werden, ist es günstiger als 11 mit einem niedrigeren Preis zu kaufen. Hackfleisch ist zumeist zu 500 Gramm Packungen portioniert. Die Menge ist gut, wenn man vier Portionen kocht. Für zwei Personen reicht zumeist 300 Gramm. Auch wenn der 100 Gramm Preis an der Frischetheke für die 300 Gramm höher ist, als der für das 500 Gramm Paket, so spart ihr minimal ein und es bleibt nichts übrig. 200 Gramm wegwerfen, weil nicht verbraucht, ist weggeworfenes Geld. Wofür ein 2 Kilogramm Sack Kartoffeln kaufen, wenn ihr bis zum nächsten Einkauf nur vier einzelne Kartoffeln braucht? Wofür abgepackt drei Paprika kaufen, wenn nur ein oder zwei benötigt werden? Klar ist der Einzelpreis höher. Hier wird gespart, weil nachhaltig eingekauft wird. Man braucht keinen Bundkarotten mit neun oder zehn zu kaufen, wenn man nur zwei bis drei benötigt. Werden bis zum nächsten Einkauf nur sechs Becher Joghurt gegessen, braucht man keine Palette zu kaufen mit 24. Auch nicht, wenn es einen Mengenrabatt gibt. Was nicht gegessen wird und im Müll landet, ist weggeworfenes Geld. Das waren einige Beispiele, die aber auf alles, was ihr kauft, angewendet werden können. Kauft, was ihr braucht und plant eure Einkäufe. Meidet es, soweit es geht, dass ihr Lebensmittel wegwerft und somit bares Geld im Müll landet. Mit dieser Sparstrategie und Art des Einkaufens fehlt es euch an nichts und ihr spart Geld. Zudem, weil nichts zu lange liegen bleibt, esst ihr hochwertiger, was auch schmackhafter ist. Aber wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr anderer Ansicht seid. Ich würde mich freuen, mit euch über dieses Thema diskutieren zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram oder Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr das Video bis hierhin verfolgt habt, werden euch die angebotenen Videos sicher sehr gefallen. Schaut auch gerne in die Playlist, wo ihr viele weitere Videos findet, um drüber nachzudenken. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich fähre zu sehen, Vielen Dank.